Das ist immer ein Punkt. Pistiam, kannst du dir ein wenig mehr? Ok, oder? Super. das ist ein kleinere Bein das ist ein kleinere Bein dann läuft ja genau vorhin das blaue das ist ein kleinere Bein das ist ein kleinere Bein ich habe es nicht dann ist es ein kleinere Bein UNTERTITELUNG Ich hab die großen Kräste, die Dämonen sagen. So, du musst das nicht bleiben. Ja, ja. Bitte zurück. Kurz, zung, 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 stopp. Und bitte! Cut! Und bitte, Diego! Voller Tor, rauf! Und stopp, ja. Und bitte! Und man muss ja, das ist ein sau spielen. Und dann kann ich zum anderen sehen. Und dann kann ich das in den komischen sau spielen machen. Ja, die Türs und das spielt auch richtig. Ja, das ist ein sau spiel, genau. Ja, was soll ich müssen? Ja, das kann ich nicht machen? Ich kann natürlich nicht kommen, das ist sau spielen, genau. Ja, das stimmt. Ha ha ha! Okay! Ja, ja. Und dann wärmer! Ja, ja. Ja, das ist alles okay. Ich hätte euch nicht ausgesprochen. Ich hätte euch nicht ausgesprochen. Ich hätte euch nicht ausgesprochen. Ja, ja. Krass, 21. Ja, ja. Ja, ja. Das ist wichtig, dass du mal in den U-Bahn hast. Ja, ja. Und auch bei ihm das klarer, was die klarer machen können. Und Pippi! Hallo. Und Supermischung, ja! Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Da ist ja alles gut. Oh, ja, ja. Das ist richtig. Oh, ja. 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 Super schön, Mittelnacht, Anna und Alex auf dem Heimweg zum Freibayern, sehr schön. Jetzt hätte ich tatsächlich mehr hören müssen. Super gut, wir haben viel Spass. 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 Untertitelung des ZDF, 2020